Ja, da hinten waren wir eigentlich ganz gut in der Ecke, ne? Dann mache ich hier hinten meine Flammen-Scheiße auf. Ne? Jo. Ach, er hat schon gedrückt? Ja, sicher. Ja, sicher. Hilfe. Oh, der ist am Brennen. Ist er bei dir? Ja, da, ja. Down. Schade, dass die Tür hier weg ist, sonst hätten wir uns hier einsperren können. Ja. Hier ist Kotze am Haus. Madbärsicher. Jeeeee. Ja, der hat mich da hingetragen. Ja. Ja. Da ist er. Booma. Los raus hier, bevor sie wieder alle kommen. Meine Hand da auch. Schmeiß Booma-Kotten. Ha, ha, ha. Der ist tot. Was ist das? Ja, ich... Ich habe da einmal eine Salve reingehalten. Ja. Bist du wohl auf? Ja. Geh mir mal auf eine hinten Deckung. Hm. Hm. Tänk. ja ja so willkommen 4 Minuten haben wir schon geschafft ne doch nicht ich bin down halt durch, halt durch und renne mich auf der links ich bin hier rechts neben dir ich bin irgendwo hinter der Zombiehole, die gerade auf dich zurennt ah der Bill rettet mich schon das ist aber sehr lieb Bill Dankeschön ja ich muss nachladen, ich kann nix tun boah das ist aber auch Action liegst du auf dem Boden? ja ich bin auch ich bin schon absinkt komm schon, komm schon, komm schon, komm schon komm schon, komm schon ja sicher, ja klar jetzt hab ich ja noch dem falschen geholfen boah wenn ich mich jetzt nicht komplett aufheile und alles ja sicher, jetzt spinnt mein Mausknopf wieder oh lad doch nach haha 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 ich muss nachladen ich muss nachladen jetzt geh doch mal down verdammt jetzt geh doch mal down verdammt oh scheiße du bist tot? oh ich bin down Leute, ich brauche etwas Hilfe haha Hilfe Hilfe boah ist geil ist echt cool gefällt mir richtig gut cool bitte auf du bist